Hier sehen Sie das Triphotel, ganz so, direkt vor dem Jagdhafen. Hier ist die Promenade, super schön gelegen. Eine ganz tolle Stadt hier, hier oben die Burg. Und hier direkt Strandabschnitt. Man kann hier im Hotel und kann darüber am Strand gehen und kann baden gehen. Einfach nur toll. Untertitelung des ZDF, 2020